Ohne künstliches Licht wäre unser Leben, so wie es heute ist, nicht denkbar. Das erste künstliche Licht war das offene Feuer. Dass die Menschen begannen, es zu nutzen, war einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zu einer Sozialgemeinschaft. Kunstlicht wird im Alltag vielseitig eingesetzt. Für Sicherheit, zur Warnung, in der Reklame. Für manche ist es Beruf, für andere wird es sogar zum Lebensstil. Hallo, ich bin der Tofer, ich bin Light-Ride-Artist und arbeite seit über 10 Jahren an Langzeitbelichtungsfotografie im urbanen Raum. Kaum einer beherrscht die Kunst mit Licht zu malen, so gut wie er. Chris Noel, alias Tofer, ist einer der bekanntesten und gefragtesten Light-Writer Deutschlands. Über die Graffiti-Szene kam er zum Light-Writen. Und was einst als Idee Picassos begann, ist heute ein vielseitiges und ganz eigenes Schnaube. Ja, Light-Writing in eine Kategorie zu stecken, zu sagen, es ist Street-Art oder es ist Graffiti, funktioniert nicht so richtig, weil es ist eigentlich von allem ein bisschen. Es beinhaltet Fotografie, es beinhaltet das Arbeiten im urbanen Raum und hat insofern von jedem ein bisschen was. Aber es ist eigentlich eine ganz eigenständige Kategorie, die ich auch als Kunst einstufen würde. Kunst mit Kunstlicht also. Doch das Malen auf dem Blatt der Dunkelheit ist alles andere als einfach. Denn das Resultat sieht man erst am Ende auf dem Foto. Man malt also blind. Der größte Fehler, den alle machen, ist, ich mache ganz viel und denke, es sieht geil aus, dabei brenne ich das ganze Bild aus, weil ich mich die ganze Zeit nicht bewege oder unkoordiniert viel zu viele Bewegungen mache. Deswegen ist es lieber, einen Sohnen-Swush zu machen, wo du eine langsame Welle schlägst, als hier die ganze Zeit Action zu wirbeln. Chris hat geschafft, was nur wenige schaffen. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Das hat auch Auswirkungen auf ganz Alltägliches. Also es kann durchaus vorkommen, dass man einkaufen geht, in die Einkaufspassage und eigentlich ganz banal CDs bei Saturn kaufen wollte und dann aber in der Elektroabteilung hängen bleibt. Das heißt, man endet manchmal mit einem ganz anderen Einkauf. Batterie, LED-Diode, Gaffer drum und Schattig. Das Wichtigste für den Berliner ist, dass seine Bilder dem Betrachter in Erinnerung bleiben. Bilder aus Licht, die einzigartig sind. In diesem Moment, wo ich das Bild mache, ist es unwiederbringbar, weil ich habe ja keinen Motor, der genau die gleiche Form abfährt, sondern jedes Mal ist irgendwo eine kleine Nuance anders und dadurch entstehen andauernd neue Kunstwerte im Prinzip. Also Licht ist essentiell für mich. Ich brauche es zum Leben, zum Arbeiten und das ist ein Zusammenspiel zwischen Licht und Schatten, was einen den ganzen Tag und die ganze Nacht begleitet. Insofern ist Licht unabdingbar, dass man ein normales Leben führen kann. Einmal jährlich im Oktober strömen Lichtbegeisterte wie Chris aus aller Welt nach Berlin, wenn dort ein Kunst- und Kulturereignis der besonderen Art stattfindet. Das Festival of Lights lässt die Wahrzeichen der Hauptstadt buchstäblich in neuem Glanze erstrahlen. Zenon wollte wissen, was die Leute davon halten. Ich habe viele Leute gesehen, die davon begeistert sind, hier sitzen und einfach nur zugucken. Also mich hat es auch angezogen und ich komme von der Küste und ich denke schon, dass viele Leute herkommen. Es kommen Details zum Vorschein, die sonst nicht Beachtung finden. Und die werden dann mal ein Jahr mal so und andere Jahr mal so immer neu gestaltet. Das ist fantastisch. Die leuchtenden Events und faszinierenden Lichtprojektionen sind für jeden frei zugänglich. Das Festival of Lights zählte dieses Jahr innerhalb von nur einer Woche rund 1,5 Millionen Besucher. Damit gehört es zu den größten Public-Events der Welt und ist aus der Kunst- und Kulturhauptstadt Europas nicht mehr wegzudenken. Es hat mittlerweile an Renommee sehr zugenommen sogar. Es ist ein großes Event. Es kommen also weltweit Leute hierher, wissen, dass es dieses Festival of Lights gibt. Und ich denke, es tut Berlin wirklich gut. Es ist jetzt auch ein festes Event zu dieser Jahreszeit. Dieses Festival ist einfach ein unglaublicher Imagewandel auch für Berlin. Im positiven Sinne. Licht verbinde ich immer mit Leben, mit glücklich sein. Also Licht ist für mich generell immer was Positives. Negatives bringe ich damit gar nicht in Verbindung. Ohne Licht keine Farbe. Mit dem weißen Licht fängt es an, aber alle Farben sind da drin. Farbe ist Freude. Musik Musik Freude, Trauer, Liebe Fast alle Emotionen können mit und durch Licht ausgedrückt werden. Besonders zur Weihnachtszeit schmücken wir Häuser, Straßen und Bäume, mit Kerzen und Lichtern. Dadurch wird Nostalgie und Besinnlichkeit ausgelöst. Doch die Weihnachtszeit bedeutet auch kurze, dunkle Tage. Darauf reagiert auch der Körper. Zum Beispiel, indem man sich träge, müde und niedergeschlagen fühlt. Nimmt dies zu extreme Formen an, spricht man von einer Winterdepression. Eine Lichttherapie kann helfen. Es ist eine sehr verträgliche Methode und hat eigentlich keine Nebenwirkungen. Also was man ja erwarten wird, dass irgendwas mit den Augen ist, gerötete Augen oder brennende Augen. Das habe ich persönlich noch gar nicht gesehen. Wenn man klinisch den Eindruck hat, hier ist eine eindeutig saisonale Komponente, gibt es manchmal ganz rasche Besserungen innerhalb von. Manchmal dauert es Tage, manchmal zwei Wochen. Dass sich Menschen energiegeladener fühlen und wieder weniger schlafen und ihre Tätigkeit besser nachgehen können, weniger Appetit auf fettes Essen haben. Bei der Lichttherapie sitzt der Patient für etwa 30 Minuten vor einer Lichtwand. Die Netzhaut sendet dann einen Reiz ins Gehirn, wie als wenn sie hellen Tag sehen würde. Dadurch wird Melatonin abgebaut. Das Schlafhormon, das bei Dunkelheit produziert wird und uns müde macht. So viel Licht an der falschen Stelle kann einen schon durcheinander bringen. So könnte es zum Beispiel sein, dass wenn sie müde sind und ins Bett gehen wollen und sich abends dann noch die Zähne putzen und ihr Licht im Bad anschalten, was meistens eine Neonröhre ist, sie dann so sehr ihr Melatonin wieder unterdrücken, dass sie deshalb schwer einschlafen können. Licht hat also nicht nur eine positive Wirkung, sondern kann unseren Alltag auch durcheinander bringen. Also im Moment sind wir im Kellergefängnis in der heutigen Gedenkstätte Berlin-Hunschenhausen. Das Wichtige ist, es gibt hier kein Tageslicht, keine Fenster. Die Außenzellen, da sind die Fenster, diese Glasbausteine von außen mit Blech verkleidet gewesen. Und das einzige Licht ist eine Glühbirne, die hier Tag und Nacht über der Tür gebrannt hatte. Also der Einsatz von Licht als Foltermethode oder die Abwesenheit von Licht in der Zelle zum Beispiel oder bei den Vernehmungen war vor allem in den 40er und 50er Jahren im Kellergefängnis, im sogenannten U-Boot-Thema. Viele der ehemaligen Häftlinge haben diese Folgen heute noch und tragen die mit sich rum. Das heißt, sie haben Psychose, sie haben Angstzustände, sie können nicht alleine sein, sie können nicht in der Dunkelheit sein, weil sie einfach das Monate, manchmal sogar jahrelang aushalten mussten. Licht hat nachweislich einen hohen Einfluss auf die Psyche. Doch nicht nur der Mensch reagiert empfindlich auf die hellen Strahlen, auch die Natur hat Konsequenzen zu tragen, denn der Energieverbrauch für Beleuchtung ist enorm. Weltweit gehen fast 20 Prozent der Energie in die Beleuchtung, wiederum 80 Prozent davon in die Industrie, den öffentlichen Betrieb und den Verkehr. Berlin bei Nacht. Schon allein wegen der aufwendigen Beleuchtung einfach schön. Doch genau diese Lichterpracht bewirkt die sogenannte Lichtverschmutzung. Dabei wird natürliches Licht wie die Sterne und der Mond durch das Kunstlicht bedeckt. Deshalb gründete das Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei vor zwei Jahren das Projekt Verlust der Nacht, bei dem viele Forschungsfachrichtungen zusammenkommen. Viele Leute fragen uns, was hat Licht oder Lichtverschmutzung mit Wasser zu tun? Eigentlich eine ganze Menge. Menschen siedeln gerne an Wasserwegen. Wo Menschen ist, ist auch künstliches Licht. Und dieses Licht macht nicht vor dem Wasser Halt. Wir haben beleuchtete Uferpromenaden, beleuchtete Brücken. Und die Wasserorganismen, beginnt mit den Fischen, aber auch den Insekten oder auch dem Plankton, reagieren auf dieses Licht und verändern möglicherweise ihr Verhalten dadurch. Und diese Reaktionen können bei der Vielfalt der Arten ganz unterschiedlich sein. Selbst bei verschiedenen Fischarten hat das Kunstlicht andere Auswirkungen. Grundsätzlich kann man sagen, dass bei den Wanderfischen wie dem Aal, dem Lachs, es durchaus Einflüsse geben wird. Und jetzt stellt man sich mal einen Flussabschnitt mit mehreren beleuchteten Brücken vor. So kann man sich leicht vorstellen, dass die Tiere also im Bereich dieser Lampen länger bleiben. Entweder weil sie angezogen werden oder weil sie eben nicht vorbeischwimmen wollen. In beiden Fällen kostet das Zeit und Energie. Energie ist wichtig, da Wanderfische oft lange Strecken zurücklegen müssen. Und Zeit wird benötigt, um zum Beispiel den Sexualpartner an einem bestimmten Ort zu treffen. Auch auf verschiedene Vogelarten wirkt sich der unnatürlich helle Nachthimmel unterschiedlich aus. Während Zugvögel davon irritiert werden, stört es die Hausente eher weniger, dass die Nacht zum Tag wird. Gerade die Stockente ist ein typischer Kulturfolger, der sehr häufig auch in Städten lebt und dadurch auch sehr viel das künstliche Licht mitbekommt. Enten sind tagaktive Vögel. Das heißt, während des Tages sind sie unterwegs, um zu fressen. Und Licht kann bei Enten dadurch durchaus auch positive Folgen haben, denn es vergrößert den Tag. Und wir wissen von einigen tagaktiven Vögeln, dass sie dann einfach länger unterwegs sind, länger fressen und dadurch weitaus mehr Futter finden können. Auf der anderen Seite wissen wir bei den Enten nicht, ob ihnen dann nicht zum Beispiel diese Zeit zum Schlafen fehlt. Zugvögel hingegen orientieren sich unter anderem am Licht der Sterne und des Mondes. Fliegen sie über heller leuchtete Städte, kann sie dies von der Flugbahn abbringen. Wir wissen seit 100 Jahren, dass Vögel ins Licht fliegen und dann mit Leuchttürmen oder eben mit Hochhäusern kollidieren, sich dabei schwer verletzen oder sterben. Oder auch einfach, wenn sie in dem Licht hängen bleiben, sehr, sehr viel Zeit und Energie damit verlieren, um zum Beispiel einen Skybeamer oder ein erleuchtetes Hochhaus zu kreisen, weil sie nicht von dem Licht wegkommen. Skybeamer sind Scheinwerfer, die über zig Kilometer hinweg zu sehen sind. Sie sind wegen ihrer hohen Lichtintensität besonders irritierend für Tiere. Gerade Insekten reagieren sehr stark auf künstliches Licht. Sie werden von Straßenlaternen angezogen, weil sie diese mit dem Mond verwechseln. So eine Lampe, wenn die jetzt zum Beispiel an einem Gewässer steht, wirkt wie ein Staubsauger. Sie zieht Insekten aus benachbarten Ökosystemen an. Diese sind da in großen Dichten und erschöpfen sich zum Teil, sterben dort oder werden eben auch gefressen von anderen Tieren, die sich genau auf diese Situation angepasst haben. Und dies hat dann eine Verzerrung von ganzen Nahrungsnetzen zufolge. Die Straßenbeleuchtung trägt bis zu 50 Prozent der Aufhellung des Nachthimmels bei. Um diese Aufhellung einzugrenzen, entwickelt das Projekt Verlust der Nacht nachhaltige Beleuchtungskonzepte. Also man weiß zumindest, was Insektenfreundlichkeit angeht, dass Natriumdampflampen gar nicht so schlecht sind. Das sind diese gelben Lampen, die Sie oft in den Städten sehen, sind zudem auch noch energieeffizient. Die neue Technologie der LEDs hat den Vorteil, Licht nur noch auf dem Boden gerichtet abzustrahlen und nicht in den Nachthimmel zu streuen. Ein gelbliches Licht ist angebracht, aber kostspielig. Neon-Reklamen oder Parkplatzbeleuchtung zum Beispiel, auch Gebäudebeleuchtung von öffentlichen Gebäuden, müssen nicht unbedingt die ganze Nacht leuchten. Um drei Uhr nachts sind vielleicht relativ wenige Leute da, die diese Neon-Reklame überhaupt lesen. Und dann stört es vielleicht eher den Anwohner, als dass es einen wirklichen Werbeeffekt hat. So schön es auch aussieht, es ist wohl das Beste, unnötige Beleuchtung in der Nacht einfach mal auszuschalten. Hätte der Erfinder des elektrischen Lichts, Sir Humphrey Davy, 1808 gewusst, dass sein schöpferischer Einfall nur 150 Jahre später zu Umweltverschmutzung, Verderben des Ökokreislaufs, Folter und Schichtarbeit führen würde, er hätte seine Konstruktion niemals der Öffentlichkeit präsentiert. Doch bei all den Schattenseiten, die das elektrische Licht auf unser Leben, das Miteinander und die Umwelt wirft, darf eines nicht vergessen werden. Die allgegenwärtige Verfügbarkeit von Licht ist für uns bereits so selbstverständlich und unentbehrlich geworden, dass ein Verlust unserer Lebensqualität und den Alltag spürbar beeinflussen würde. Und bei all der Romantik, die so ein Kerzenlicht mit sich bringt, stellt euch nur einmal Folgendes vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017